Auch überfallen. Diese Partisanengruppe, das waren circa 20 Partisanen und die haben dann auch bei uns am Saint-Apour gewesen. Dann haben sie die Gendarmerie, den Posten aufgesucht, dann die Gemeinde und überall Sachen geholt, was halt für sie bei der Gendarmerie haben sie das Waffen, wo sie halt Waffen geschickt haben und die Schreibmaschinen und so weiter und was zu schreiben. Und bei uns war es so, bei uns haben wir die Schöndarme abgeschossen und leider war es so, den haben sie dann dort erschossen, weil er nicht die Hände gehoben hat. Er hat eine Hand auf die Pistolen und auf die andere Hand hat er gehoben und mit dem hat er sein Leben riskiert. Und der Partisan, der zuerst geschrien hat, Hände hoch und das hat er nicht gemacht und ist halt dort erschossen worden. Das war der erste Tote eigentlich im Haus. Das war auch so. Ein und auf das hin sind dann zehn Tage haben sie besetzt, unser Haus, die Feldpolizei. Das waren lauter rumänische SSler eigentlich und haben die Ortschaft und rundherum halt durchsucht und im Wald herum, wo es halt die Partisanen irgendwo, freilich die haben sich aber schon zurückgezogen und verschwunden. Die waren noch nicht in der Gegend.